Gut, was willst du bauen? Ein fliegendes Rampolin. Lieber was Einfacheres. Raketenschuhe. Das ist auch ganz schön schwer. Na gut, du musst ein Sicherungssystem einbauen. Das Wichtigste ist das Timing, der Aufbau und an alle Eventualitäten zu denken. Eine kleine Fehlkalkulation und alles geht schief. Wie bei dem Waffeleisen. Waffeleisen sind knifflig. Waffeleisen sind knifflig.